Fenchelgratin. Spinatauflauf mit versunkenen Eiern. Nudelauflauf. Hackfleisch mit gratinierten Sahnekartoffeln. Und natürlich zum Abschluss was Süßes. Ein Reisauflauf mit Orangen. Sie merken, heute schieben wir alles in den Ofen. Ja und das ist besonders praktisch, denn da hat man kurz vor dem Sedieren nichts mehr zu tun. Und dafür gehen wir jetzt in die Küche. Kommen Sie mit. Wir fangen an mit dem Fenchelgratin. Das Fenchelgrün natürlich aufbewahren. Diese dicken Stiele kann man beseitigen. Und jetzt versuchen wir das mal hier in passende Stücke zu schneiden. Die ist so groß die Knolle, dass ich sie jetzt viertle. Und wir brauchen eben als Basis für unseren Gratin ein Kartoffelpüree. Ich habe jetzt gerade frisch gekochte Kartoffeln, gebe ein bisschen Milch in den Topf, bringe das zum Kochen und setze die Kartoffelpresse drauf. Also ich habe den Fenchel hier jetzt geviertelt und schneide diesen Strunk hier innen raus. Der ist hart und der ist manchmal auch faserig und dann kein Vergnügen. Soll ich die ersten Kartoffeln hier gleich reinpressen? Ja, sei so gut. Das ist auch schon heiß. Ich mache noch schnell ein bisschen Salz dran. Dann mache ich noch mal eine Kartoffel, die kann ja dann hier ein bisschen auskühlen. Und dann haben wir hier das schon mal vorgeheizt. Auch da kommt Salz rein. Und die Fenchelstücke werden jetzt erstmal ein bisschen vorgegart. Ungefähr so zehn Minuten unter einem Deckel. Dann kann ich auch gleich mit der Butter kommen. Das kommt hier rein. Und ein bisschen Muskat brauchen wir noch. Komm, da kann ich mit dem Messer rücken. So, und jetzt sehe ich, hier ist schon wieder viel zu wenig Milch. Einfach Platz in der Mitte schaffen und dann die Milch dort reingießen, damit sie sich dort sofort ein bisschen erwärmt. Dann kann man die Kartoffeln damit verrühren. So lange, bis das Püree eine schöne Konsistenz hat. Der Fenchel ist jetzt gar. Er hat aber noch Biss. Und den hole ich raus, damit er ein bisschen abkühlt. Wir müssen ihn nämlich einwickeln. Und dazu muss man ihn anfassen können. Moritz hat jetzt eine Zwiebel feingewürfelt. Die ist die Basis für unsere Soße. Diese Zwiebel wird jetzt in wenig Butter weich gedünstet. In der Zwischenzeit kannst du das schon mal einwickeln. Ich hole mir einen Gummischaber und verteile das Kartoffelpüree in der Gratinform. Und das machst du schon mal sehr schön. Dann kann ich die schon mal hier rüberbetten. Tu das. Einfach hier auf unser Püree so ein bisschen reindrücken. Man kann übrigens auch anderes Gemüse so einpacken und genauso zubereiten. In jedem Fall muss es immer ein bisschen vorgedünstet werden. Und dadurch hat man dann auch die Basis für die Soße. Ja, jetzt haben Sie ja gesehen, was ich hier mache. Eine Scheibe vom gekochten Schinken und dann einen Käse. Da kann man allem Möglichen nehmen. Das ist, was ist das für eine? Bergkäse ist das. Bergkäse mit solchen Löchern? Ja, erstaunlich. Hat mich auch gewundert. Sieht aus wie Tilsinter. Ist es aber nicht. Also jeder Schnittkäse ist dafür geeignet. So, hat genau hier reingepasst. Jetzt fehlt uns nur noch die Soße. Und damit die Stand bekommt, wird ein kleiner Löffel Mehl drunter gerührt. Da braucht man gar nicht viel. So, das reicht schon. Ein guter Teelöffel ist genug. Und das schön mit der Butter vermischen und schwitzen lassen. Und dann kommt der Sud vom Fähnchen. Und nicht immer alles auf den Mahl reinschütten, sondern immer nach und nach so viel, wie das Mehl und die Zwiebel aufnimmt. So, jetzt lassen wir es mal ein bisschen kochen und dann ziehst du. Das muss jetzt ungefähr 10 Minuten leise köcheln, damit sich der Mehlgeschmack verliert. Und ich schneide hier schon mal dieses Fähnchengrün ein bisschen klein. Das brauchen wir nachher. Ich hole noch gleich die Sahne, die wir dann auch brauchen. Mit der geben wir ein bisschen Cremigkeit. Und zum Schluss kommt auch noch geriebener Käse drunter. So, das lassen wir nochmal ein bisschen einkochen. Und schließlich das feingeschnittene Fähnchengrün. So, und schon haben wir eine schöne cremige Soße, die jetzt absolut nicht gewürzt ist. Wir brauchen Zitronenschale. Wir brauchen vor allen Dingen auch Zitronensaft, denn eine gewisse Säure wollen wir auf jeden Fall. Gibst du mir mal die Zitronenpresse, bitte? So, Zitrone ist ganz wichtig. Sowohl für den Fenchel wie überhaupt macht auch die Soße leicht und macht den Käse bekömmlich. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Gewürz. Und Salz feing noch. Und jetzt kommt es hier einfach oben drüber. Und die ganze Form kommt in den Ofen. Schön gleichmäßig über den Schinken verteilen. Und dann in den Ofen damit bei 180 Grad Heißluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze. 20 bis 25 Minuten, bis alles brodelt und auch eine schöne Bräune entstanden ist. Nach 10 Minuten holen wir die Form nochmal aus dem Ofen, denn es fehlt ja noch die Knusperschicht. Und die geben wir erst später drauf, damit sie uns nicht zu dunkel wird. Geriebenen Käse und Semmelbröse miteinander vermischen und gleichmäßig über der Oberfläche verteilen. Also vorwiegend über die Röllchen. Und ein paar Butterflöckchen draufsetzen. Die sorgen eben für besondere Knusprigkeit und vor allen Dingen für Wohlgeschmack. Ja, und man muss unbedingt einen Salat dazu haben. Dazu Zwiebel, ein Löffelchen Senf, entweder einen Elikatesse-Senf oder einen französischen Dijon-Senf. Essig, ein bisschen Salz. Ich schiebe es schnell in den Ofen. Gleiche Temperatur und jetzt nochmal eine Viertelstunde etwa. Kannst du mir hier einen Pfeffer reintun. Aber klar doch. So, das gibt noch Pikanz. Und dann wird das alles schön verrührt, damit sich der Senf auflöst und dann nachher die Soße schön bindet. Und wie immer nehmen wir ein Olivenöl. Wer anderes Öl will, ob jetzt Rapsöl oder Sonnenblumenöl, sollte möglichst kalt gepresst sein. Und im letzten Moment vor dem Servieren kommt dann der geschnittene Salat dazu. Da habe ich hier auf der einen Seite Zuckerhut und dann so einen wunderbaren Radicchio. Das ist natürlich von der Farbe sehr schön. Und ein paar Feldsalatröstchen dürfen auch nicht fehlen. Direkt aus dem Ofen muss der Auflauf natürlich auf den Tisch. Und dann wird sofort angerichtet. Mit allem, was dran gehört, also Püree und Soße und Kruste. Und dann müssen die Gäste natürlich sofort da sein und sich den Mund verbrennen, weil es ist wirklich brillend heiß. Ja, mach doch mal was rein. Dann kann ich ein bisschen... Wir lieben den Salat ja direkt auf dem Teller. Aber ich weiß, damit fallen wir auch immer auf. Die meisten Menschen mögen es in einem Extraschüsselchen. Aber der Schwabe liebt eben die kalte Salatsoße auf dem warmen Gericht. Und dazu gibt es ein Schlückchen Wein. Ja, man könnte einen Muscatella nehmen, einen trockenen Muscatella aus Mallorca zum Beispiel oder aus dem Languedoc. Aber ich habe diesmal eine Scheurebe. Ah, natürlich, ja. Herrn Scheuß Rebe. Ja, super. So, dann muss man noch Wasser eingießen. Ja, das gehört immer auf den Tisch. Und dann kann ich nur guten Appetit wünschen. Das ist so praktisch. Das bereiten Sie vor, schieben es rechtzeitig in den Ofen. Und wenn die Gäste da sind, freuen Sie sich schon, wenn Sie sich an den Tisch setzen über den Duft. Ja, die ganze Familie. Guten Appetit. Das sind ja nicht nur Freunde. So, wir machen jetzt einen Auflauf und dafür habe ich schon mal drei Eiweiß steif geschlagen. Also einen richtigen Auflauf. Einen richtigen Auflauf, der muss sich schön heben. Dafür brauchen wir den Eischnee. Und zwar geht es um Spinat. Ich behaupte, es geht ruckzuck, dieser Auflauf, wenn Sie schon blanchierten Spinat verwenden. Den kann man ja auch tiefgekühlt kaufen. Und den habe ich jetzt erst mal ganz fein gehackt. Ich dünste jetzt hier in Olivenöl Zwiebeln an. Olivenöl passt gut zum Spinat. Und Knoblauch passt gut dazu. Der kommt aber erst ein bisschen später rein, wenn die Zwiebeln schon ein bisschen glasig sind. Ich kann schon mal eine kleine Teeschote noch fein würfeln. So, die Zwiebelchen, die werden schon schön, die putzeln da. Man muss nur aufpassen. Was wir auch brauchen in diesem Auflauf sind Champignons. Und da werden einfach die Stielenden, die ein bisschen eingetrocknet sein könnten, abgeschnitten. Und dann werden sie einfach fein geschnitten. Einmal in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Und wenn die Zwiebeln weich sind, dann kommt auch Knoblauch dazu. Das waren jetzt drei Zehen. Die brauchen wir für diese Menge schon. So, dann kommen auch die Champignons dazu. Und die werden auch gleich gesalzen, damit sie Wasser ziehen. Und ich gebe aber auch etwas mehr Hitze. Und ein wenig Zitronenschale. Jetzt können wir den Spinat untermischen. Einfach damit er sich in der Hitze mit den Zwiebeln und den Pilzen verbindet. Muskat dabei, der gehört natürlich dringend dazu. Und jetzt hier rein bitte. Dann komme ich nämlich hier gleich mit dem Eigelb. Das darf natürlich nicht zu heiß sein, sonst haben wir Rührei. Das wollen wir ja nicht. Und du kannst auch schon gleich mit dem Eischnee kommen, damit wir den einarbeiten können. Und die Form ausbuttern. Fertig? Ja, ich denke doch. Das wird jetzt vorsichtig untergehoben. Erstmal die erste Portion richtig runterrühren, damit die Masse aufgelockert wird. Und dann kommt der Rest, damit es schön stabil bleibt, die schaumige Masse. Bitte sehr. Und dann kommt nämlich was rein. Pro Person ein Ei lassen wir da jeweils hineingleiten. So. Möglichst keine Schneeinseln sichtbar lassen. Jetzt kommt das hier rein. Das können wir hier nochmal verteilen. Und jetzt schön glatt streichen. Eine Kuhle drücken. Hier ein Ei reinschlagen. Dann gibst du mir die Tasse gleich. Dann kannst du das schon aufschlagen als Nächste. Und hier reingleiten lassen. Und noch eins. Sieht ja schön aus so. Und jetzt geben wir hier gerade nochmal ein kleines bisschen auf die Eier nur ein bisschen Pfeffer. Statt des Salzes gibt es ein bisschen frisch geriebenen Parmesan. Und deins lasse ich ohne. Ich bin eine aufmerksame Ehefrau. Danke dir. Dann willst du noch ein paar Butterflöckchen. So ist es. Und dann kommt es auch wieder in den Backofen. Wie gehabt bei 180 Grad Heißluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze. Da noch eins. Da. Und jetzt müssen die Eier natürlich stocken. Und perfekt ist es, wenn das Ei gelb noch innen flüssig oder wenigstens cremig ist. Also ungefähr bei dieser Hitze 20 Minuten. So, jetzt kommt unser Auflauf und schön aufgelaufen ist er. Stellst du mir das gleich hier in dieses wunderbare Gestell. Jawohl. Und dann kommt es so auf den Tisch. Dann können wir gleich mal gucken, wie wir das servieren. Wir heben eine Portion so raus, dass wir das Ei hier haben. Und da kommt es auch schon und guckt raus. Das ist doch perfekt. Perfekt. Besser geht es nicht. Und ein Brot reichen wir dazu. Brot dazu, genau. Und dann habe ich einen Silvaner aus Franken. Und Wasser gegen Nindurst. Also ich kann es nur empfehlen. Ich finde, es ist ein ganz wunderbares Essen. Ja, und wahnsinnig praktisch. Man bereitet alles vor, macht die Löcher rein, setzt die Eier rein, schiebt es in den Ofen und hat 20 Minuten Ruhe. Ich habe jetzt hier Nudeln frisch gekocht. Aber eigentlich kann man so einen Nudelauflauf natürlich auch aus jedem Nudelrest machen. Bleiben ja immer mal welche übrig. Viele Leute schmeißen einfach alles, was übrig ist und nicht aufgegessen wurde, weg. Das ist völlig überflüssig. Vor allem dann, wenn man regelmäßig kocht, kann man immer wieder kleine Reste verwerten, kann immer wieder was Neues kochen. Und niemand merkt, dass in irgendeiner Weise ein Rest verwertet worden ist. Im Gegenteil. Ich habe hier Speck fein gewürfelt. Wir geben jetzt alles Mögliche rein. Das ist kein Rezept, was man nachvollziehen muss, sondern damit soll man sich anregen lassen. Und dann tut man das rein, was man will. Und wer kein Fleisch will, der brät natürlich kein Speck an. Und dann hat man ein vegetarisches Essen. Zwiebel dazu und ein bisschen Chili. Ein bisschen Knoblauch gehört auch dran. Dann gebe ich dir erstmal hier die Stielpatin vom Kohl. Das ist jetzt China-Kohl. Wir können natürlich auch jeden anderen Kohl nehmen. Gut, beim China-Kohl, da kann man diese Blattrippen reintun. Beim Weißkohl-Würsing oder Rotkohl müsste man sie rausschneiden. Das lassen wir jetzt ein bisschen angünsten. Und einfach nach den Garzeiten gibt man die anderen Zutaten dazu. Ich habe hier noch ein bisschen Stangensellerie. Ja. Der kann auch mit. Und Lauch braucht auch eine gewisse Zeit. Jetzt kommt gleich ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Die Würze zieht ein und man braucht weniger Salz. Pfeffer ist hier. Und dann kann man natürlich in der Herzenslust würzen mit einem schönen Currypulver. Man macht alles ein bisschen klein. Das darf aber ruhig verschiedene Formen haben. Das muss auch nicht akkurat sein. Das ist alles eine wunderbare Geschichte. Eigentlich so richtig kochen aus dem Handgelenk. Dann habe ich noch ein paar Gare-Gemüse. Die können wir gleich noch mal ein bisschen kleiner schneiden. Rosenkohl. So, das ist jetzt eine schöne Hitze. Das fängt jetzt auch an ein bisschen zu rösten. Und damit gibt es einen schönen Geschmack. Blumenroh. Dann kommt der letzte Teil des Chinakohls. Die feineren Blätter dazu. Die lassen wir nur eben zusammenfallen. Ebenso wie die Frühlingszwiebeln. Und die Tomate, die ich hier geschnitten habe, die kommt auch roh an die Nudeln. Ja, die sorgt für Frische. So. Wir können dieses hier schon mal untermischen. Dann habe ich auch noch ein paar Reste vom Tafelspitz. Das kann hier auch noch drunter. Da habe ich ja dann auch ein bisschen von der Brühe, der es ich dann in den Guss rühren kann. Den machen wir aus einem Händchen voll Käse. Die anderen Käse brauchen wir zum drüberstreuen. Jetzt nehmen wir ein bisschen Sahne. Das hilft immer. Und wir brauchen so zwei, drei Eier. Je nachdem, wie groß die Form ist. So, jetzt mische ich das hier auch dazu. Auch noch unter. Genau. Das wird natürlich gewürzt. Pfeffer mit Salz. Salz vorsichtig, weil da ist ja auch schon Käse drin. Und ein bisschen Brühe. So sieht das eigentlich schon ganz toll aus. Ja, ist schön. Und so weit lässt sich das natürlich auch wieder vorbereiten. Mach mal hier ein bisschen glatt. Also ich entsinne mich ja an Nudeläuflöffel aus meiner Jugend. Und da guckten dann ein paar Macaroni raus. Und die verbrannten dann. Die waren verbrannt und knusprig. Und das war mir das Liebste. Ist ja auch das Beste. Und noch mal verteilen. Und jetzt kommt nämlich die eigentliche Kruste. Die entsteht aus einem restlichen Käse. Grob gehackten Haselnüssen. Und aus Pankow. Pankow ist dieses Semmelbrösel, die gröber sind als das, was wir so kennen. Hier rüber, dann wenn das übergeht, dann macht das nichts. Und schön mischen. Ja, bitte. Ruhig noch ein bisschen Pankow drunter. Und jetzt auch gleichmäßig verteilen. Und dann brauchen wir natürlich wieder Butter für Flöckchen. Ja, das sieht gut aus. Und dann wieder in den Ofen. Der ist weiterhin vorgeheizt auf 180 Grad Heißluft und 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und wie lange braucht das? Und das braucht nur so 35 Minuten, sollte man das schon. Das muss ja richtig durchbacken. Und die Eier sollen binden. Naja, auf jeden Fall. Wenn die Kruste braun ist, ist er fertig. So ist es. Einfach mal zwischendurch nachgucken. So, und in den Ofen damit. Dann wollen wir doch mal gucken, wie es aussieht. Jawohl, eine schöne Kruste, eine braun gebackene Oberfläche. Das sieht doch schon mal ganz appetitlich aus. Und so kommt es natürlich auf den Tisch. Brodelnd, heiß. Und aus der Form direkt wird angerichtet. Und zwar muss man mit dem Löffel so nach unten stechen, damit man auch tatsächlich von allem was bekommt. Ich habe dir gesagt, oder nicht? Da fällt mir schon die Hälfte auf dem Löffel. Das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Das ist immer eine schöne Kleckerei. So. Und zu trinken gibt es einen erfrischenden Weißwein. Das kann ein Riesling sein oder ein Weißburgunder, das sollte aber sehr frisch sein. Oder ein junger Rotwein. Und ich ziehe dazu ein Bier vor, zu diesem Festessen. Und dann, bin ich sicher, es gibt niemand, der da widerstehen kann. Und kein Mensch kommt doch auf die Idee, dass das eine Restenverwertung ist. Und dann müssen Sie sich mal überlegen, was das kostet. Wenn Apfel und Neu. So kann man viele Menschen glücklich machen. Zum Wohl. Guten Appetit. Und dann gibt es noch Hackfleisch mit gratinierten Kartoffeln. Das Hackfleisch... Ich habe den lieben Sahnekartoffeln. Da bin ich ja besonders froh. Da ist nämlich kein Käse drauf. Wir brauchen einen Hackfleischteig. Ganz normal, wie man den auch für Buletten braucht. Ich habe hier gemischtes Hackfleisch. Sie können aber alles nehmen, was es da an verschiedensten Möglichkeiten gibt. Ein eingeweichtes Brötchen kommt jetzt dazu. Und Moritz dünstet jetzt noch eine Zwiebel an. Dann wird gewürzt mit Salz und Pfeffer. Das ist ja klar. So. Ein wenig Pfeffer haben wir hier. Ich gebe außerdem hinzu Majoran, getrockneten Majoran. Den muss man immer so zwischen den Fingern so ein bisschen zerrebbeln, damit die Blättchen auch schön zerkleinert werden. Dann gebe ich zu ein bisschen Paprika, Süßen. Die Zwiebel hier rein. Soll ich dir mal die Petersilie hacken? Dann kannst du dich um die Zwiebeln. Dann kümmer ich mich um die Zwiebeln, damit sie zwar weich wird, aber nicht richtig bräunen. Und ich gebe außerdem noch hinzu die Chilischote. Und wenn die Zwiebeln schon so ein bisschen angegangen sind, dann kommt der Knoblauch dazu. Er soll auch mitdünsten. Gib ruhig die Petersilie schon dazu. Ja? Ja. Alles? Alles. Die weich gedünsteten Zwiebeln sind ein bisschen abgekühlt und kommen jetzt zum Hackfleisch. Am besten auf die Brötchen häufen. Die puffern ein bisschen die Hitze ab und dann mit sauberen Händen einfach alles gründlich durchkneten. Einfach reinschütten, jawoll. Und dann sollte man meinen, dass das gut ist. Du hast ja nur so einen Spritzer Wurstersauce. Ja, das ist gut. Der ist da unten drin. Ich habe jetzt, danke, das reicht. Ich habe jetzt eine ganz normale Pie-Form genommen, weil die ist schön flach. Und jetzt kommt als unterste Schicht das Hackfleisch. Das wird einfach flach verteilt. Und schön flach drücken. Gleichmäßig dick, damit es auch gleichmäßig da wird. So, jetzt kriege ich von dir die Kartoffeln zugeschnitten. Das sind gekochte Kartoffeln, die können vom Vortag sein. Und die werden jetzt einfach längs halbiert und dann richtig so ein bisschen reingedrückt. Und wenn sie dabei zerbröseln, macht das überhaupt nichts. Wir decken das nämlich gleich mit Creme Fraiche zu und dann sieht man von dem zerbrochenen nichts. So, dann wird mit Salz und Pfeffer gewürzt. Das hier noch ein bisschen hier rüber. Da ist noch Platz. Ja, wunderbar. Also die Kartoffeln werden jetzt gewürzt. Vor allen Dingen mit dem Salz, nicht sparen. Die brauchen ja immer so viel. Und jetzt kommt die Creme Fraiche ins Spiel. Die wird nämlich auf jede Kartoffel, oh, ich brauche da noch einen Löffel dazu, sonst kriege ich das nicht hin. Auf jede Kartoffel einen schönen dicken Kleck, so richtig aufhäufen. Und da drauf kommt dann ein bisschen von Zwiebelgrün. Zwiebelgrün. Aber nicht zu viel, weil es soll nachher nochmal frisches Zwiebelgrün drauf. Ja, du bist so perfektionistisch. Ja, so gehört es sich ja auch. Immer. So, das ist jetzt der letzte Fleck. Alles schön zugedeckt. Und nun kommt es in den Backofen. Wir haben ihn weiterhin vorgeheizt. 180 Grad Heißluft oder eben 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann eine halbe Stunde backen. Na, sieht der nicht traumhaft aus? Und jetzt kriegt er noch ein bisschen frisches Grün, die gratinierten Kartoffeln. Und dann können wir auch schon anrichten. Ich greife mir jetzt mal hier einfach so eine Kartoffel mit dem Hackfleischsockel unten drunter und löse das hier raus. Und dann werden wir feststellen, das schmeckt einfach köstlich. So, und dazu gibt es einen schönen Feldsalat. Genau. Und da muss ein kleines bisschen von dieser Vinaigrette hier mit drauf. Oben drüber. Das ist ganz entscheidend. Und das ist das Nonplusultra. Ein Lieblingsessen wird das. Ich schwöre es Ihnen. Das ist wirklich wunderbar. Also, nachmachen. Wird Ihnen schmecken. Mhh. 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 Findest du gut? Das hast du heute besonders gut gemacht. Ja. Mhh. 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 den bringen wir natürlich auch direkt aus dem ofen auf den tisch und sieht ja nicht fantastisch aus also ich kann mir viele menschen vorstellen die jetzt glück am tisch sitzen auch schön von oben nach unten das knusprige das schmelzende da kommt jetzt noch wenn man das hat ein bisschen geschnittene minze das kann man ja in manchen guten supermärkten heute frisch ja das guckste nicht überall und dazu geht es heißen schneiden ist viel besser weil dann verteilt sich die würze und ist wenn man ein ganzes blatt da liegen ist man es gar nicht mit das ist auch schön aus und dazu gibt es einen drink für erwachsene das ist ein orangenlikör on the rocks das war es schon wieder für heute wir hoffen das hat ihnen spaß gemacht und sie haben eine idee was sie auch machen können was auf jeden fall spektakulär ist wenig arbeit macht im letzten moment und alle leute beeindruckt bis dann also